Hier präsentieren wir 5 bester Hochdruckreiniger-Tests. Lass uns anfangen! Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Bosch Hochdruckreiniger Universal Aquatac 135. Mit dem Universal Aquatac 135 garantiert der Zulieferer Bosch seinen potenziellen Verbrauchern eine mühelose Reinigung bei einem Druck von 125 Bar. Der Hochdruckreiniger ist mit einer 3-in-1-Düse ausgestattet, die den Lüfterstrahl, den Drehstrahl und den Faktorstrahl kombiniert. Mit dem ausziehbaren Teleskop-Management garantiert Bosch Ihnen nicht nur ein hohes Maß an Komfort, sondern auch eine sichere Lagerung und ein zweites Management. Darüber hinaus sorgt Bosch mit dem Universal Aquatac 135 für eine effektive Reinigung mit Schaumstoff. Da der Hochdruckreiniger mit einem Schaumreinigungssystem ausgestattet ist, muss Schmutz auf den Außenflächen Ihres Wohnhauses noch bequemer als je zuvor abtreten. Eine selbst ansaugende Pumpe steigert die Hochdruckreinigung der Version. Nummer 4. Montana Hochdruckreiniger Wenn es um Push-Waschmaschinen geht, gibt es weniger bekannte Modelle wie die Montana Stresswaschmaschine. Die meisten Kunden waren von der Realität überzeugt, dass es einfach zu bedienen ist und einen effektiven Motor hat. Durch den Einsatz eines Klick-Systems können Sie das Zubehör und auch das Hochdruckrohr schnell und einfach anbringen und erneut wechseln. Die Düsen lassen sich leicht wechseln und Sie können den Hochdruckreiniger vorzugsweise zur Reinigung des Balkons, der Garteneinrichtung und sogar des Hoffischteichs nutzen. Für hartnäckigen Schmutz können Sie die Turbodüse und auch den spritzwassergeschützten Terrassenreiniger nutzen, der sich besonders für große Bereiche eignet. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Kärcher Hochdruckreiniger K5. Der Hochdruckreiniger verfügt über ein 3 in 1 Multistrahl Stahlrohr mit völligem Strahl-, Klingen- und Waschmittelglüse. Mit diesem Stahlrohr können Sie die Sprühart ohne Unterbrechung der Reinigung transformieren. Darüber hinaus gibt es eine weitere Besonderheit des K5. Der Hochdruckreiniger verfügt über ein Plug-and-Clean-System, mit dem Sie den Reiniger schnell wechseln können, um sicherzustellen, dass Sie immer eine Überprüfung des bestehenden Füllgrads haben. Insgesamt hat der Kärcher Hochdruckreiniger ein Gesamtgewicht von 19 kg sowie Abmessungen von 30,5 x 58,4 x 41,1 cm. Der Hochdruckreiniger verfügt über einen ausziehbaren Teleskoppflege, mit dem Sie Ihre Oberflächen oder Autos gesundheitsschonend reinigen können. Es gibt einen Stand, der zusätzlich als Stil mitgenutzt werden kann. Nummer 2. Kärcher Hochdruckreiniger K2 Basic. Der Standardhersteller Kärcher ist vor allem für seine Reinigungswerkzeuge bekannt. Mit dem K2 Fundamental können Sie ganz einfach alle Oberflächen rund um Ihr Haus sowie Gartenmöbel und auch Fahrräder schnell und erfolgreich reinigen. Kärcher selbst betont, dass sich der Hochdruckreiniger ideal für den periodischen Einsatz eignet. Damit Sie ihn nach Gebrauch gut aufbewahren können, verfügt der K2 Basic über einen Kabelhaken, der direkt am Gerät aufgebaut ist. Dies impliziert, dass es keine verworrene Schnur gibt. Und die Nummer 1 unserer Liste. Bosch Home Endgarten DIY Hochdruckreiniger Advankier d'Aquatac 150. Bosch hat sich mit mehreren technischen Gadgets auf dem Markt etabliert, unter anderem im Standort von Hochdruckreinigern. Mit dem Advanced Aquatac hat der Lieferant tatsächlich einen Hochdruckreiniger mit einer selbst ansaugenden Pumpe mit 14 Regenrohren hervorgehoben, mit dem Sie eventuell alle Oberflächen reinigen. Bosch nennt die selbst ansaugende Pumpe Quad. Sie nutzen die optimale Reinigungskraft des Hochdruckreinigers durch ein Saugrohr. Mit einem Gesamtergebnis von 2200 Watt sowie einem Gewicht von 22,9 Kilo können Sie den Reiniger nicht nur effizient für Außenflächen rund um die Residenz nutzen, sondern auch die Autos und LKW oder einen Grillplatz säubern. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.